Wir waren, ja, wir waren, der DoD-Clan war fleißig. Jetzt ist nur die große Frage, hört man euch auch in meinem Video, ich glaube aber schon. Sagt mal was? Ja, jetzt, okay, alles klar, man hört euch, sehr schön. Hey, Taylor, willst du nicht ein paar Sprüche loslassen? Nee, ich muss noch welche überlegen. Das macht, genau, in aller Ruhe. Ich hatte keine Zeit. Der Mülter, Schule. Ja, ich hab's noch, ich kann's noch, ich kann's noch. Novorip neu? Schule echt wohl? Ja, okay, mach mal Schule, mir egal, ich folge euch. Wie gesagt, ich... Wir können auch Novorip neu gehen. Nee, nee, passt schon. Das ist neu. Das ist das komische Ding da, wo wir jetzt direkt rüberfliegen. Was, wo wollt ihr hin? Nö, da unten nicht. Jetzt ist mir viel zu viel geballert. Ihr geht da hin. Und da ihr mir eh folgt. Ja, das machen wir. Mit meiner künstlichen Intelligenz bin ich halt der Schlauste hier. Ja, genau. So, ähm... Ja, ich hab nur noch zwei Tasten an meiner Maus jetzt. Ich muss noch ein bisschen rumfiddeln mit den... Weil ich hatte an der alten Maus, hatte ich ja unglaublich viele Tasten. Irgendwie neun Stück oder was. Und an der neun hab ich nur zwei. Das bedeutet, ich muss jetzt mit irgendwelchen Tastenkombinationen arbeiten. Und das hab ich noch nicht so ganz raus. Also, wundert euch nicht, wenn ich... Und warum hast du dir keine Maus gekauft mit mehreren Tasten? Weißt du wieso? Weil die Maus, die ich jetzt hab, die wiegt, ich glaub, 39 Gramm. Und die alte wog, ich glaub, 100 Gramm. Das ist ein riesen Unterschied. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Deine wiegt 200 Gramm. Nein, ich hab die Gewichte rausgemacht. Ich hab noch 200 Gramm Gewichte für meine Maus extra. Ey, vergiss es. Nein, vergiss es. Vergiss es. Ne, die hab ich schon... Die hab ich rausgemacht. Ne, ne, was ich mein' ist... Gewichte... Umso leichter, umso besser. So einfach ist es. Ich bin auf der Antenne gelandet. Ist jemand mitgekommen? Habt ihr geguckt? Ne. Also, ich hab niemanden gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Doch. Ich hab Bender gesehen. Und Reiss. Und... Und Kramberger Sideberg. Nein, und? Ich hab neulich MG gespielt. Hättest du mal gar nicht so schlecht. Ne, MG ist top, ja. Wer will eine Pfanne? Ich hab schon eine. Ne, äh, passt schon. Ich fehlt schon noch eine. Haben wir jetzt eigentlich schon alle den Dings, äh, diesen komischen Progressive Skin für die M... Was war's? 29? Nein, 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 nein. Aber... Also, ich hab' ihn. M24. Und die anderen den haben. Es haben einige den schon... Hä? Ich hab' ihn nicht, äh, und ich weiß, ich werd' ihn nicht kriegen, weil ich mit meinem Glück... Das funktioniert nicht. Ich will den nicht. Ich will Mini oder AKM erweiterbar. Waffen, die ich spiel. Durch solche, die ich sowieso nicht spiel. Gab's denn mal eine Mini erweiterbar? Äh, weiß ich gar nicht, ob es sowas von mir kam. Ja, jetzt! Ah, schon 2000 von diesen Coins, dann kannst du erweiterbare Mini... Wer schiebt? Keine Ahnung, Lieder war bei dir. Ne, war ich nicht. Es war genau nett. Ich war's nett. Ich weiß auch nicht, weil... Ich hab... Erstmal eine Waffe. Läuft einer. Wo, Mag, hier? Ich hör' nur, ich hör' nur. In deinem Haus. Wir kriegen Besuch, wir kriegen Besuch. Wo, in deinem Haus, unter dir? Irgendwo in meinem Haus. Oder irgendwo hier in der Nähe. Jetzt kommt mein... Abschreckungsmanöver. Habt ihr denn? Der ist da! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab' ihn aufgeschreckt, dann ist er runtergerannt. Sind das echte? Hab ihn. Das ist ein Düdel. Das ist ein Düdel-Dai. Mach' so'n Düdel-Dai, ja. Nichts treffen, aber angehen. Ja, ja, das ist... Das kennt man ja von Düdel-Dai so. Ja. Noch einer. Boah, Schroenflindel? Scary. Guck mal zu euch. Bänder, was gibt bei dir auch, ey. Ah, ich seh' ein. Markier? Nein. Würde ich gerne, ich kann... Äh, doch. Ich hab schon ne Taste belegt für markieren. Äh. Ja, da liegt einer. Ich weiß, den hab' ich grad genockt. Der hab' ich grad, äh... Flugzeug? Ähm... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ah ja, genau. Ich hab' ihn gekillt. Ah, noch einer. Wer schießt'n die ganze Zeit mit Schroenflinde? Keine Ahnung. Wie lässt es bei dir? Na ja, da! In das Haus ist einer gerannt. In dem Haus hier? Grüner Marker? Ja. Ja, wenn der eine mit einer Schroenflinde drin hat, geh' ich da nicht rein. Ich guck' von oben. Habt ihr den? Habt ihr den? Ja. Mit Kopfschnuss. Nice. Ich muss ihm noch zwei Kopfschüsse machen. Oh, der Fahne kommt ein Crate runter. Ey, was? Ey, Mark Zeugberg, wo ist deine Karte mit den Geheimkellern? Ich hab' nen Schlüssel. Ich hab' Schlüssel. Ich hab' mein Handy. Hä? Unten auf'm Handy. Ach, schade. Soll'n wir mal versuchen, zur Crate zu gehen? Markier' mal die Crate. Ich weiß nicht, wo sie ist. Hier. Ich hab' einen gefunden. Ich hab' einen gefunden noch aus Erinnerung. Aus Erinnerung. Ich hab' nur einmal auf den komischen Zettel drauf geguckt. Oder auf dein komisches Handy. Das gibt's doch nicht. Daneben, oder was? Ja, ich hab' nen. Endlich. Das wär' ich so'n schönacke gewesen. Boah. Okay. Zwei genockt. Sechsfachs Gauuuup. Ich hab' immer noch keine DMer. DMer. Unter mir lag' ein... DMer. Am grünen Marker ist einer. Ja, unter der Mini. Grüne Marker. Grüne Marker Mini. Ey, ist schon erledigt. Wir haben Arsch der Welt. Schon erledigt, schon erledigt. Nein, grüne Markerung, das ist Rechtsmarkierung. Da war jemand. Ja, ja, das ist schon erledigt. Da hätten wir einer am Stein. Aber da sie... Ist da irgendwas in dem Haus, Lela? Ich suche... Also, bei mir im Haus liegt, äh... Keine Ahnung, ich hab' noch nicht mal richtig gelootet. Also, bei mir lag' ne Mini im Haus. Mini, 416A4. Heißt, ich rennst du dir raus, ich helfe dir. Äh, grüner Marker stehen welche hinterm Baum. Ich versuche eigentlich, wollte ich die Dic-Crate suchen, ich seh' die nirgends. Die ist ja auch hinter dem Hügel. Ja, ich weiß, soll man da hinrennen? Nee. Wenn du einen Rottpunkt findest. Ähm, was ist, wenn ich schon eins hab? Für mich. Ja, ich kann's abgeben. Ja, dann bring mal her. I'm coming. Fahrzeug? Ich bin's, ich bin's. Komm mal rein. Ja, wir gehen jetzt mal, wir schauen jetzt mal nach der Crate. Wollt ihr uns mitnehmen oder wollt ihr abhauen? Wir haben nur Buggy. Nee, nee, wir kommen wieder zurück. Da kommt noch, noch eine Crate. Söpock, Söpock, lass da hinten hinlaufen. Ich seh' sie nicht. Ich seh' sie nicht. Okay, egal, ich kann Operation Crate abbrechen. Ach doch, da ist sie. Nimm mal die AWM, okay? Da hinten. Ja, nimm ruhig die AWM und alles. Was willst du? Was willst du? Nichts, ich brauch nichts. Wir gehen mal, es kommt noch eine Crate irgendwo runter. Lila. Dann auch mal in die Richtung, Bender. Bisschen näher ran. Hier auf der Straße ist noch ein Dutchia, falls ihr wollt. Holt den, hol den. Ich hab hier hinten einen Kill. Ich hab hier einen Kill zu holen. Oh, jetzt geht's los hier. What? Los, 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 los. 98. Gegnerisches Team oben auf dem Berg. Nein, 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 verschwindet hier. Verschwindet hier. Der oben auf dem Berg ist ein gegnerisches Team. Wir müssen hinter die Häuser hier. Kommt mal hierher. Ich brauch, ähm, ich brauch noch einen Scope. Ich hab zwar eine AWM, aber die spare ich mir, glaube ich, jetzt erst mal auf. Für echte Gegner. Perfekt. Da krieg ich's immer. Hier oben, ne? Bei meinem grünen Marker ist ein gegnerisches Team. Ja, okay, das ist am anderen. Ress, ich mach's für dich. Ne, aber da ist ein, das ist ein Player, ne? Also Vorsicht. Wo? Am grünen Marker, da waren vorhin welche, als Lilo nicht mit dem Buggy weggefahren sind. Ey, Saldberg, dein Rotpunkt. Wo bist du? Mal, gelb. Gelb. Unterhalb von Ress. Hat eigentlich noch irgendjemand die zweite Crate gesehen? Ja, ich hab die gesehen. Woher? Willst du die holen, oder was? Ja. Da hinten irgendwo gelandet. Wir sind klar, um. Na ja. Da ist die Checksung. Zack. Habt ihr im Haus irgendwo Siebener noch gesehen? Äh, Siebener, ne. Ich hab hier nur eine SKS. Skorpion hier, äh, so, äh, Benderfassbock aus. Hab, hab ich, hab ich. Aber ich hab, ich hab nichts, ich, äh. Hat einer von einer M24? Ne. Hat einer von einer M24? Ne. Gesehen. Tade. Hast du aus dem Fenster gesprungen? Ress, ich und ich. Ei, ei, ei. Ress, nur seit Info des Skorpions. Die Skorpion ist sogar schlechter. R.P. 18. R.P. 18C. Guck immer noch auf dieses Haus. Wollen Sie an die Skorpion? An die kann man einen leichten Griff ranhängen. Was ist denn da, was? R.P. 18C. Ich höre eins. Ja, vorbeigefahren. Ähm, wir sollten. Sind da hingefahren. Zeig immer die Farbe. Wollen wir auf hier. Weiß irgendjemand? Also, halt in die Richtung. Wo die Crate ist, wissen wir nicht, ne? Die zweite Crate, die runtergekommen ist. Ich glaub, die ist irgendwo da hinten gelandet. Vielleicht Polyana oder so. Habt ihr die Crate hier gelootet? Ja. Die, wo hier rumliegt? Ja. Eigentlich müssen wir hier nicht weg, ne? Kommen wir looten noch ein bisschen in den Häusern rum, was soll's. Habt ihr den zweiten, der da war, schon gekillt? Ja. 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 Na gut. Hierher zurückzukommen. Wo ist der? Der ist weggefahren. Der ist weggefahren. Hier oben an der, an, an grüner Marker. Schaut her. Ja. Ist hinter die Kuppe beim grünen Marker. Ah, hier die zweite Kiste. Ah, scheiße, sind die weitergefahren. Naja, die haben keine Lust auf uns, weil wir den ganz schön, ähm, feuriges, äh, Empfang, einen feurigen Empfang bereitet haben. Einen lustigen, nicht feurigen, einen lustigen. Das sind noch Smokes. Boah, Reis, ich dachte schon, du bist ein Gegner. Boah, da oben geht's ab beim Swordback. Da ist einer, der hüpft wie ein Hasel. Wo, wo, wo? Direkt vor mir. Doch, ich treff nicht, ich brauch eine DMR. Auto? Auto, wer hat das Auto? Keiner. Oh, direkt bei mir. Die haben mich angefahren. Oh, das sind, das war, oh, das war krass. Ich hab einen gekillt, aber es waren vier Stück. Leila, versteck dich. Leila, die kannst du direkt drauf schießen. Der, der tut, einer läuft zu dir, Leila. Und da am Auto, Leila, der tut ihn wiederbeleben. Mach ihn platt. Gut. Gut. Ins Haus ist einer rein? Ja. Dein ist ins Haus rein. Nein. Ja, 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 gut, gut, gut. Perfekt. Auto wegfahren und meinen Blutschip holen. Ach, wie geil. Und Rest sein. Ja, ja, mein bitte auch. Ey, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber es war super. Das war, das war ich. Teamwalk. Das war Teamwalk. Hörst du die Blutschips? Da hat sich nochmal ein Auto irgendwoher. Ja, da hinten. Blutschips holen. Hier liegt sechsfach, sechsfach. Nimm ich. Ja, und die Blutschips und uns wiederbeleben. Ja. Ja. Ihr müsst, bei Grün, da, Rostock. Hä? Und Vorsicht, das Auto kommt nochmal. Ja, Vorsicht vom zweiten Auto. Habt ihr die Blutschips? Rest, wo liegst du? Drinnen im Haus. Nee, hier, ich hab's. Hier. Vorsicht, Auto. Vorsicht, Auto wieder. Verkrümelt euch, verkrümelt euch. Einer nimmt beide ins Buggy rein und ab zum Dings. Sonne kommt. Ihr müsst los, ihr müsst los, sonst wird er jetzt von dem Autotypen geplättet. Das Auto. Dann nehmen wir das. Nimm den Buggy, nimm den Buggy. Ja. Da läuft es. Ich fahr. Komm, das Auto fährt auch da nachher rum. Der kommt hinter euch her. Der fährt direkt hinter euch. Ich schieße, kann nicht schießen. Ist egal, ist egal. Fahrt einfach weg. Fahrt einfach weg. Ihr seid schneller. Ich fahr sogar mit dem Turbo. Oh nein, der kommt hinter euch her. Du nervst. Du musst links hoch. Wo fällst du hin? Aus Schuze. Jetzt komme ich. Da ist noch eine Brücke. Fahr über die... Genau. Pass auf, da hinten. Okay. Ey, Lila, markiert mal ein. Markiert mal ein. Grün. Grün ist. Ich glaube, das wird nix mehr. Weil der Revive-Ding ist außerhalb der Zone. Der Revive-Ding ist außerhalb der Zone. Das wird schwierig. Ich frage mal die Frage aller Fragen. Blutschip-Detektor hat keiner drin. Blutschip-Reviver. Nö. Nein. Das wäre natürlich praktisch jetzt. Ey, Lila, das kann sein, damit du willst drauf gehen. Ja, das kann sein, ja. Bist du? Weil diese Häuser sehr verdächtig sind. Ah, ist egal. Nee, passt. Ey, Lila, gibt's die Blutschips. Warte kurz, hier auf dem Boden liegt mal. Liegt der. Ja, ja, neben uns. Auf geht's. Andere Seite. Ah, nee, doch. Ich kriege dann beide gleichzeitig. Ja. Bender, guck mal, ob dein A4er-Auto irgendwo in der Nähe ist. Hä? Ob dein A4er-Auto in der Nähe ist, bei dir. Sind nur ein Buggy? Nein, ob dein A4er-Auto in der Nähe ist. Ja, ja, guck. Der ist ja nicht auf dem Auto sitzen. Da vorne ist nochmal ein Buggy, okay? Ja, zwei der Buggy ist gut, ja. Ja, komm, schnell, wir müssen in die Zone. Geht mal zu meinem Marker, aber naja, da wird schon ein Team hoppen. Hallo, wir müssen... Ja, ich will nur gucken, ob da irgendwo ein Auto ist. Power, heiß, wir kommen runter und haben ein Haus zum Looten. Welches? Nimm mal die 4, oder? Also Marker 4. Ja, wo du markiert hast, ja. Ich kann einem von euch meine AKM geben, weil ich snipe lieber als ich auf, äh, äh, ich kann nicht gut auf, äh, Nahkampf. Der Rest, ich kann dir die AWM geben. Ey, hier, Dacia, Lila, markier mal, markier mal Dacia. Komm, steig aus und fahr mit dem Dacia hoch, wir sehen uns oben. Pass auf, da könnte einer drin sein. Ich weiß. Aber ich hab so Angst. Das sieht gut aus. Leer. Hier ist ein Rucksack, ein bisschen Uzi. Hier ist eine RRS. Geh rein, geh rein, Lila, geh rein. Wir verbarrikadieren uns hier. Ja. Dreier Scope. Die restlichen Typen sind mit Sicherheit alles Player. Ey, wenn ihr oben seid, wenn ihr runterfliegt, guckt mal, vielleicht seht ihr ja Gegner, dann könnt ihr die markieren. Auf jeden Fall kann ich euch richtig viel Medi-Pack geben. Auto, oder? Ich kann haufenweise Verband abgeben. Auto, wenn da. Da ist einer. Wo? Ja, ich seh's Auto. Direkt bei meinem Marker, grüner Marker. Grüner Marker? Ja. Es kann sein, dass ihr das nicht seht, weil es unter der Kuppe ist. Da ist rausgelaufen. Und war es denn... Oh, es sind viele wiedergekommen. Wir waren gerade bei neun, jetzt sind wir wieder bei elf. Ja, ihr beiden. War das nur... Ah ja, stimmt, kann sein, dass es nur wir waren, ja. Zwei. Jetzt lootet ihr. Wir gucken. Ey, Lila, pass auf, da oben könnten irgendwo welche lauern. Also bleib am besten nicht stehen. Ich guck aber, wo der Fuzi ist. Warte. Ne, nehm ich jetzt Fuzi. Ich hab ne M4. Ich hab ne M4 und ne Schrotflinte. Wer von euch ist besser in Nahkampf? Ress. Ress von her. 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 Ja, ganz nahkampf. Hier, nehmt die und ich bin gleich. warte nimm die akm wieder lila nimmt sofort die akm wieder ich nehme meine m4 ich habe einen genockt jetzt muss ich mal schauen dass sie hatten hat jemand schaden sieben noch wir müssen jetzt wahrscheinlich in diese häuser da rein pushen leute da sind profis drin das sind profis drin ja ich weiß das sind probleme die sind aber zu dritten uhr und links kommen schüsse warum haben die bots keine kiste ich habe keine sniper verdammt die gibt es in bots leute die kriegen wir noch kommen an meinem marken grüner mark grüner mark markiert mal grüner mark ist tot ins haus im haus ist ein ins haus ist einer rein das ist einer reingerannt ok einer schießt auf mich ist der typ im haus ja genau ok also wir sind jetzt der muss aus dem haus raus bleibt weg vom haus der muss aus dem haus raus wir warten jetzt so lange bis der dude aus dem haus rauskommt und dann machen wir den klapp das ist im haus ja das in dem haus in der kleinen baracke ist da hinten drin ja abm ok macht den platz wenn uns hieß machen wir aber im platz ist raus gerannt der gratis haus ich sehe 3 3 nicht ich habe keine waffen ich habe eine schrott flinte in dem du dich nehmen den er hin kriegst der ist hinter der mauer genau hinter der mauer direkt vor mir richtig bleib stehen ja nice warte 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 aber der hatte halt auch er hat es mit 4 zu tun gehabt da muss man auch dazu sagen warte es ist zum nächsten mal macht's gut tschau tschau